Hallo, ich bin Julia Schubert, komme aus Gießen, bin jahrelang Fitnesstrainerin gewesen und in dieser Zeit habe ich immer mal das eine oder andere Produktnetwork kennengelernt und habe mich auch hier und da immer mal versucht, aber nicht wirklich mit großem Erfolg. Und habe aber kürzlich die Go4Diamond-Strategie kennengelernt, wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man netzwerkt, wie man Netzwerken überhaupt betreibt und wie man zu Partnern kommt und seitdem ich das mache, Schritt für Schritt und dieser Anleitung auch folge und habe auch ein super Team hinter mir, seitdem geht es mir richtig gut und ich habe auch richtig viel Spaß beim Arbeiten und kann euch nur dazu einladen, mitzumachen bei dieser sehr, sehr schönen Strategie. Untertitelung des ZDF, 2020